Und damit ein herzliches Willkommen zurück in den Ruinen von Xanacant, einem heiligen Tempel auf Yunas Reise, nämlich der letzte. Wir haben das Puzzle in der letzten Folge alles komplett gelöst, aber jetzt müssen wir gegen ein Monster kämpfen. Eine weitere Prüfung! Ich muss ja mal gucken, was das überhaupt... Ich könnte sich die Positionen ändern. Das ist ja gut. Aber ich muss gucken. Sollte ich ja das gegen hier machen? Nein. Analyse. Na, 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 na. Kimon? Er ist nicht gegen Geistbrecher. Gegen Geistbrecher ist er nicht. Das ist sehr, sehr gut. So. Wo ist Oran? Wo ist Oran? Teck's. Dicebrecher. So. Ah, come on. Ah, come on. Verdammt! Item? Hab ich ein Megaphönix? Bitte hab ich eine Megaphönix aber... Nein, ich habe kein Megaphönix! Das wäre jetzt halt wenn ich die ersten Runde auch lang... äh... on... Will ich aber nicht. Die ist tobsüchtig. Die ist sicher nicht so gut. Ähm... Denkst du nicht? Aaaaaaah... Verdammt. Du musst ja echt medium... äh... Verdammt. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Du weißt mal wie... Ähm... Genau. Hauen wir jetzt mal ein... Eins nach dem anderen raus. Du weißt mal wie... Du... Du... Oh, daneben. Danke, 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 danke. Nein, 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 nein. Ich hab den gerade nochmal gehabt auf Ekstase. Das ist unfair. Ich hab den gerade so... Heftig auf Ekstase gehabt. Das ist unfair. Ja. Ichков? Ich hab ihn nicht mehr. Tschüss. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Beschwör Beschwör Das Beste immer zum Schluss noch Und Camp Ghouls Geh Nein! Ich habe Zeit! Los, Exxion! Ja, ja! Ja, ja! Ah, nee, danke! Necromamine! Ah! Ah, der haut mich immer die ganzen... Bestia tot! Tch! Ich hab's am Aima raus. Wir wechseln mal in die Position. Und rufen gleich den Nächsten. Und rufen gleich den Nächsten. Die Zupferung des Nächsten. Wämmerlich. Stau. Deine Necromamine geht mir so aus dem Gegner. Man will die Himmacher zu gehen. Jetzt muss er das Schweren jetzt sein. Man will die Himmacher! Was ist ein Geist? Ehehlst aber Hamut, so gib mir deine Kraft und mach einen Mega-Ferben. Jawoll, da haben wir ihn vernichtet! Oh mein Gott! Hier steht meine Kraft! Yuna, wir sind hier. Die Halle der Finalen Summonung. Go. Ja. Oh, gut. Entschuldigung. Ah, jawohl. Wir haben ein bisschen was abgeschraubt. Doppelrote. Huh? Was bedeutet das, kein finaler Aeon? Was ist los, Yuna? Oh, ein Speicherbund. Speichern. Was ist los? Was ist ein empty Statue? Das Statue lost its power as a faith long ago. Es ist Lord Zeon, der erste Faith von der Finalen Summonung. Was Sie sehen vor Ihnen ist alles, was Sie noch von ihm bleibt. Lord Zeon ist... His soul ist gone. Gone? You mean... There is no final Aeon? But fear not. Lady Yunaleska will show you the path. The final Aeon will be yours. The Summoner and the final Aeon will join powers. Go to her now. Inside. The Lady awaits. Yuna, wait! Aar'n. You knew this was gonna happen, didn't you? Yes. Why didn't you tell us? If I had told you the truth, would that really have stopped you from coming? Yuna. I'm not going back. Kimahri knows. Kimahri goes first. Yuna is safe. Kimahri protect. Ich frage mich, welches Bestia wir bekommen hätten, wenn wir Lord Zeon in uns vereint hätten. Ich frage mich dann wirklich, welche Bestia wir bekommen haben. Hätten. So. Someone's coming! Lady Yunaleska. Welcome to Zanarkand. I congratulate you, Summoner. You have completed your pilgrimage. I will now bestow you with that which you seek. The final summoning will be yours. Now, choose. You must choose the one whom I will change to become the faith of the final summoning. There must be a bond between Chosen and Summoner, for that is what the final summoning embodies. The bond between husband and wife, mother and child, or between friends, if that bond is strong enough, its light will conquer sin. A thousand years ago, I chose my husband, a thousand years ago, a thousand years ago, I chose my husband Zeon as my faith. Our bond was true, and I obtained the final Aeon. There is nothing to fear. You will soon be freed of worry and pain. For once you call forth the final Aeon, your life will end. Death is the ultimate and final liberation. Your father, Braska, chose this path. It is not too late. Let us turn back. If I turn back, who will defeat Sin? Would you have some other Summoner and his Guardians go through this? But, my lord, there must be another way. This is the only way we got now. Fine. Make me the faith. I've been doing some thinking. My dream is back in the other Xanarkand. I wanted to make that runt into a Star Blitz player. Show him the view from the top, you know. But now I know there's no way home for me. I'm never going to see him again. My dream's never going to come true. So, make me the faith. I'll fight Sin with you, Braska. Then maybe my life will have meaning, you know. Don't do this, Jett. But, if you live, there may be another way we'll think of something, I know. Believe me, I thought this through. Besides, I ain't getting any younger, so I might as well make myself useful. Checked. What? You're not going to try to stop me, too. Sorry. I mean, thank you. Braska still has to fight Sin, Oren. Guard him well. Make sure he gets there. Uh. Well, let's go. Lord Braska. Jett. What do you want now? Sin always comes back. It comes back after the calm, every time. The cycle will continue and your deaths will mean nothing. But there's always a chance it won't come back this time. It's worth trying. I understand what you're saying, Oren. Then, I'll find a way to break the cycle. You have a plan? Checked? Trust me. I'll think of something. I know what he's saying. I know what Jack's saying. What the unbegrenzed possibilities he's saying. And the cycle went on. We'll break it. But how? What, you got a plan now? If one of us has to become a faith, I volunteer. Me too, Yuna. That still won't change anything, you know? You'd bring the calm. And then what? That won't break the cycle. Listen. You want to defeat Sin and keep Yuna alive. You don't want Sin to come back, yeah? That is just not gonna happen, brother, you know? If you want everything, you'll end up with nothing. But I want everything. Now you're being childish. I give up. So what would an adult do then? They know they can just throw away a summoner. Then they can do whatever they like. You're right. I might not even have a chance. But no way am I gonna just stand here and let Yuna go. And what... Oren said about their being away? I think it's true. You'll think of... something? Yes. I'll go ask Yuna, Leska. She's got to know something. You really think she'll help you? I don't know. But I have to try. This is my story. It'll go the way I want it. Or I'll end it here. Wait. You say it's your story. But it's my story too, you know? It would be so easy to let my fate just carry me away, following the same path my whole life through. But I know... I can't. What I do... I do... With no regrets. Jetzt! Ich geh jetzt mal eben kurz speichern. Hat schon seine Gründe warum. So, gespeichert. Ah. Da würde ich sagen, ich beende jetzt hier mit der Folge. Morgen geht es wieder wie gewohnt weiter. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.